herzlich willkommen wieder bei nächster folge von minecraft days ich bin ein gutes königlis in sachsen und wir sind wie immer wieder spawnen das leck immer wieder so was man das ist heute los das leck irgendwie heute also haben wir letzte folge geschlachtet so wir machen diese beiden weizen ich habe kein weizen ich habe echt kein weizen was ich will es mal ja ich habe mir diese rennen so karotten bleiben noch hier ist gut aus lassen okay was ich will jetzt machen meine werden wir schon fragen so theoretisch unser zu hause ist gut was habe ich hier letzten gesagt was man ja wir versuchen heute ich versuche jetzt heute die schweine und schaffe zu bekommen ich nehme mir die zwei karotten wenn ich für die schweine dann hol ich schweine nur muss ich schauen wo muss ich wollen kompass haben wir ja kompass haben wir das sollte uns erreichen super also schweine schaffe ich sehe gerade ich habe keine türen eingebaut das ist nicht so toll so haben wir haufen essen das reicht uns auch so haben wir noch für so was will ich machen was will ich keine ahnung was wollte eigentlich die eingänge verändern aber machen wir das vielleicht nächste folge wie immer haben wir schon wieder zu viel zeit verplappert so wenn ich finde scharf oder ich glaube schnell finde ich schweine einfach scharf weil sie in zwei grunde ersten grund ist dass es schwein sollte irgendwo hier sein wenn ich habe die alle nicht geschlachtet weil ja habe ich gesagt wenn wir so wie die euge sollte wo was gut so witzig schwein scharf schwein hallo ich habe ich war nicht noch nicht irgendwann richtig ha ha dann wirst du meine essen sein nach kann ich mach dir gar nicht wenn ich fliege nicht in wasser wird so ja komm 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 weg du gehst mir jetzt so nächste eigentlich sollte ich ein seil haben der würde anscheinend sollte einfacher sein aber ich wollte auf die alte methode gehen bis nicht weit das ist ich verdammt geil weil ich vielleicht konnte heute noch gehen am geschaffen suche da haben wir schon der ignoriert mich ein schwein ich zeige dir ja geil da kommt so her ich eigentlich würde 1 nicht da bin ich hier gelandet keine ahnung eine hat ich habe ich schon verlaut verloren verlassen klar ich habe eine schuppel später da komm zu mir komm zu mir seid ihr südlof juhu so sollte es sein wer will bah kommt niemand ok hallo du bekommst und du bekommst jo klein schwein hier habe ich so haben wir jetzt alle super ich weiß wieso heute leck irgendwie gespielt und irgendwie schauen änderungen machen so morgen was mache ich im morgen was wird sich schon so wurde die würde die öffentlichen wann ich trüge und so weiter ich kann so regelmäßig sagen wann ich trüge weil kommt drauf mein bock und wieder blut und wie mein freund alle sagen die sommer musst du verkündigen wenn du stream so weiter bekommst du mir zuschauer blä 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 aber ich bin das ist beim problem weil ich kenne mich selber und ich weiß genau wie ich bin drauf ich sage diese und diese da muss ich ja muss ich theoretisch kann ich schaffen aber dann kommt aber noch dazu dann ist habe ich geschissen manchmal in mein aber ist nicht so dass es vier uhr feierabend nach hause nee ich muss immer bleibe zwei drei stunden länger ist diese scheiß aber das habe ich schon melonen wird besser so gehen weiter einmal melonen einmal kürbisse konnte jetzt vollkommen reichen so vielleicht irgendwann treffen treffen wir auf dem miner treffen und nicht treffen ok wir sind dorf ich überlege mir gerade ob soll ich ein weg bauen zu dorf damit einfach machen so der bewohner ich suche eine schöne schaffi hat ihr schaffi also schweine habe ich gesehen ja ich habe mich selber aber schaffi suche ich lol guabijon aber die haben kein schaffi super ich habe zu suchen die schaffi hast du am meisten schaff zu suchen auch scheiße also heute wird nichts mit schaffi wenn wir gehen nach hause vielleicht treffen wir einen schaffi dann bitte sind ja zu nähle sage ich so sonst ja kann man nicht machen jetzt runter 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 genau uuhh schaffi schaffi super geile schaffi ich muss daran ich weiß ich weiß oh sch's ah da war ich schon so er ist nacht und ob man schaffi noch schweine 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 will ich nicht Spink, 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 spink. So geht weiter. Scheiße mein Vater war kurz rein. Schavi, Schavi, Schavi. Jetzt machen wir lieber die Waffe vorbereiten. Schavi, Schavi, wo bist du Schavi? Gleich fäng ich auch scheiße an. Ohne Scheiß. Und? War mir so scheiß klar. Sofort Creeper. Ich hoffe, der kommt nicht hoch. Aber ich treffe nicht auf Creeper. Kein Creeper. Aber sieht gut aus. So. So schön. Das haben wir. Wir haben keine Schaf gefunden. Das muss ich suchen gehen. Nach suchen. So. Gehen wir kurz nach oben. Äh. Was haben wir da? Kiss. Genau. Hier ist Kiss. Ich weiß, ich sollte das schneller machen. Wir machen ja am meisten am Anfang. Äh. Was kommt hier? Einguck. Hol ich das rein. Sand. 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 Sand hier. So. Und das wäre der Sand. Sand. Kürbis im Lebensmittel. Äh. Schiffpulver. Ja. Wir machen das bei sonstiges. Schiffpulver. Ja genau. Und der ist bei sonstiges. Und dann. Erz. Da sollte sein. Ja. Äh. Oder bei Redstone habe ich das. Ne. Wieso. Feuerzeuge. Feuerzeuge habe ich. Will ich nicht auf der Redstone. Ich will Kohle. Ist das. Bei Redstone. Genau. Das habe ich. Das erreicht mir. Das passt. Das passt. Das. Wie jetzt auch habe ich. Das verloren. Ich habe keine Ahnung. Trag mich lieber nicht. So. Pflanzen. Von. Äh. Schatz. Genau. Hallo. Runter. Geh noch. Geh noch. Geh noch. Nach unten. Ich habe mir was. Tolles. Äh. Einmal brauche ich. 100 pro. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Moment mal. Denn ich bin so überlegen. Jetzt momentan. Das brauche ich. Das brauche ich nicht. Fackel brauche ich sowieso. So. Das brauche ich auch. Dann machen wir so. So. Nur. Problem habe ich jetzt. Momentan. Eisen. Haben ich da. Nein. Natürlich nicht. Super. Irgendwie. Eisen. Muss ich. Iman. Unten haben. Stück. Okay. Machen wir ein ganzes. Ding. Passt schon. So. So. Äh. Jo. Das brauche ich. Ein paar Stück. Äh. Nein. Das hier. Ich glaube nächste Folge. Ich weiß auch. Heute schaffen wir. Aber glaube weniger. Dass wir. Schaffen es. So. Zack. Fertig. Eisen. 20. Wird hier. Zack. Zack. Passt. So. Es sind. Vorher. Das. Der. Oder. Brauche ich nicht. Und so. Diese. Sau der Zeit. Ah. Ein bisschen. Können wir machen. Aber. Wenn wir. Findet jemand. Sau geil. Weil. Ich habe mir jetzt. Spitzhacke. Mit. Glück. 3. Haben wir. Mit. Glück. 3. Besser konnte nicht sein. Ihr werdet es. Sehen. Wenn. Ich finde. Diamanten. Nein. Super. Da. Erwartet. Unser. Monster. Das ist ja. Kein. Cripper. So. Gut. Für die Sachen. Sieht nicht. Besser aus. Alter. Wie weit. Habe ich. Schon. Da. So. Komm. Wieso. Habe ich. Gesagt. Cripper. So. Genau. Also. Jetzt. Muss ich. Sehr. Aufpassen. 1. 2. 3. Hier. 2. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 8. 5. Was. Bringt mir. Diese. Eisen. Die. Spitzhacke. Wenn. Diamanten. Sind. Wenn. Die. Wissen. Die. Spitzhacke. Mach. Wenn. Ich finde. Diamanten. Ein Stück. Normal. Wenn. Baut. Du. Aber. Mit. diese speziale kannst du 23 sogar vier abbauen mir ist schon passiert glaube ich 4 nur kommt darauf wahrscheinlich manchmal habt ihr glück weil gibt es auch glück 4 und wenn wir die halbacke diese effizienz habe ich okay das auch gut weil ich will noch eine speziale machen mit halbacke und effizienz wird der halbacke 3 und effizient ist mehr braucht man nicht meine sich nein was bringt diese effizienz weil manche wissen nicht wie wir sind baut ja die blöcke viel schneller ab okay so also wir haben kleine problemchen ach du schon das ist überhaupt nicht jetzt moment war weil ich habe mir kein weicher genommen ist problem moment schade ich hole auch super moment schade eisen eisen so schon dafür nicht eisen ok jetzt muss man zurückgehen würde ich schon wieder zu langen die folge aber nicht so gut für nächste wo wir bei der nächste kunde grüße wenn du mich verarschen das block musste echt wirklich gold sein ja gut es sollte ok sein und jetzt nix sollte nix sein weil ich will jetzt mal oberfläche gehen und jetzt ist nix juhu können wir eigentlich soll ich das aber machen wir nächste folge weil nächste folge machen wir auch abends die mine deswegen diesmal würde ich keine sorge so leute ich vielleicht werde mich jetzt schon verabschieden verabschieden man vielleicht gleich wenn ich bin schon haben so leute ich werde sagen das war es für meine königliche aufnahme auch wenn es war so scheiße und wir werden uns sehen nächste mal bis später ciao und